Welcher YouTuber gewinnt das 1-2-1-Turnier? Ich spiele direkt gegen Pookie, der 65.000 Trophäen hat. Er macht den ersten Kill, auch ich mache einen Kill, aber er gewinnt knapp die erste Runde. Doch in Brawl Ball kann ich gewinnen, doch dann besiegt er mich mit Colt, weil er seine Ulti an den Bots aufgeladen hat. Lukas gewinnt mit 6 HP, das 1-2-1 mit Mortis gegen Clash Games. Dann gewinnt er auch in Brawl Ball, doch dann verliert er überraschend in Showdown. Ich verliere mit Nani gegen Clash Games, wir holen mir danach die nächsten 2 Punkte und bin damit zum ersten Mal vorne. Pookie gewinnt 2-1 im Duell gegen Lukas und damit liegt er jetzt knapp vorne. Ich schaffe es 2-1 im Best-of-3 gegen Lukas zu gewinnen, damit bin ich jetzt wieder knapp vorne. Und das letzte Battle ist Pookie gegen Clash Games, aber Pookie gewinnt mit 2-1 und damit folgendes Ergebnis. Clash Games 4., Lukas 3., ich auf dem zweiten Platz und Pookie gewinnt, hier verdient das YouTuber-Turnier. Unterstütze mich kostenlos im Shop mit Code JOYONAS.